Hallo zusammen. In und um Rickelrad kam es in letzter Zeit immer wieder zu Bränden. So brannten direkt mehrere Fahrzeuge. Ein Reetdach wurde versucht in Schwarm anzuzünden. In Berg hat eine Firma gebrannt. Jetzt kam es zu einem Feuer an einem Wohnwagen. Nach dem letzten Brand an dem Wohnwagen konnte die Polizei einen Verdächtigen festnehmen. Den haben sie auch mitgenommen und verhört und der Verdacht ließ sich hier nicht bestätigen. Und so wurde der Verdächtige, der mutmaßliche Täter, auch wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen laufen weiter und man ist natürlich immer noch auf der Suche nach einem Täter. So, im Anschluss hieran gibt es dann noch ein paar News der vergangenen Tage. Wegberg Rickelrad. In der kalten Jahreszeit geht es in Rickelrad heiß her. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Seit Dezember gab es in und um Rickelrad gleich mehrere Einsatzstellen für die Feuerwehr. Zunächst brannten gleich mehrere Fahrzeuge. Ein Reetdach-Brand in Schwarm wurde rechtzeitig entdeckt. Im Berg kam es zu einem Brand von Transportboxen aus Plastik. Die Flammen griffen auf das Firmengebäude über. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 200.000 Euro. Heute, Dienstag, den 7.2.2017, brannte in Rickelrad ein Wohnwagen, der vor einer Garage abgestellt war, vollkommen aus. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei ermittelt und das in alle Richtungen. Ein technischer Defekt wird ebenso wenig ausgeschlossen wie eine erneute Brandstiftung. Die Polizei ermittelt und die Polizei ermittelt. Hückelhofen Auf der L117 zwischen Dovern und Bahl, in Höhe der Zufahrt zum Gewerbegebiet Bahl, kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkw-Fahrer kollidierten miteinander. Im Verlauf des Unfalls, bei dem beide Fahrer leicht verletzt wurden, wurde der Zitrön durch die Wucht der Kollision auf einen an der Kreuzung wartenden Omnibus, der überwiegend mit Schülern besetzt war, geschleudert. Der Bus wurde nur leicht getroffen und konnte die Fahrt nach der Unfallaufnahme selbstständig fortsetzen. Von den Insassen des Busses wurde niemand verletzt. Peter Pkw-Fahrer Ersatz Der Bus ist in der 선nen Sprechstil also wie ein Besuch von der L117 zu verletzten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, hier befinden wir uns auf der B56N. Das ist die Verlängerung, die neue B56, die vom Autobahnanschluss in Heinsberg in Richtung Selfkant und in Richtung der Niederlande gehen wird. Im Moment noch nicht sehr viel los, auch noch nicht fertig. Die Bauarbeiten schreiten jedoch voran und in den nächsten zwei, drei Monaten, also sprich so bis April, soll das Ganze dann auch offen und befahrbar sein. Was? 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 Verkehrsunfall auf der B57 in Höhe Rurig Zu einem Verkehrsunfall musste die Feuerwehr Hückelhofen heute gegen 15.20 Uhr nach Bahl auf die B57 in Höhe Rurig ausrücken. Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person in Höhe des Waldgeländes von Gutkippingen. Aufgrund der unklaren Meldung wurden zwei Hilfeleistungslöchfahrzeuge sowie der Rüstwagen in Marsch gesetzt. An der Einsatzstelle konnte nach Erkundung ein Pkw ca. 50 Meter von der Straße entfernt im Waldgelände ausgemacht werden. Im Pkw befand eine Person, die mithilfe von Passanten das Fahrzeug schon verlassen hatte. Durch den Rettungsdienst wurde die verletzte Person medizinisch versorgt und anschließend einem Krankenhaus zugeführt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr und stellte den Brandschutz sicher. Zur Bergung des Pkw wurde nach Freigabe durch die Polizei mittels Winde vom Rüstwagen das verunfallte Fahrzeug wieder bis auf die Straße gezogen, sodass das Abschleppunternehmen das Fahrzeug übernehmen konnte. Für die Zeit des Einsatzes wurde die Bundesstraße gesperrt. Die Polizei übernahm die Unfallermittlungen. Am Einsatz beteiligt waren der Löschzug 1 Nückelhofen, die Löscheinheit Rathheim und Bahl, der Rettungsdienst sowie die Polizei. Erkelenz-Hetzerath Auf der K29, das ist die Hohenbuscher Straße, Ecke Ruhetalstraße in Erkelenz-Hetzerath kam es am Donnerstagabend zu einem Unfall. Zwei Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich miteinander. Die Fahrerin des Oldtimers musste aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend mit dem Rettungsdienst des Kaisers Heinsberg in ein Krankenhaus gefahren. Die Unfallursache wird nun von der Polizei ermittelt. So, aktuell befinde ich mich jetzt hier auf dem Rettungsdienst des Kaisers Heinsberg in Erkelenz-Hetzerath. Hier auf der B56N, auf dem neuen Stück zwischen dem Autobahnanschluss der A46 und, ich weiß nicht, was ist es, Straten, würde ich sagen, Straten-Waldenrad. Hinter uns wird übrigens ein Windkraftrad neu gebraut. Ja, und das werden wir jetzt mal ein bisschen angucken. Schauen, was das da für Ausmaße hat. Also, es soll ein bisschen größer sein als alle anderen hier. Wir gucken mal rein. So, drei Stück von diesen Monstern werden hier neu gebaut. Das hier vorne, das ist das erste. Das zweite, das kommt also da hinten hin. Und direkt hinter mir, da hat man also eins von diesen alten Windrädern abgebaut. Und das liegt da auch noch ein bisschen rum. Und daneben wird also auch ein neues Windrad mit diesen Ausmaßen hier gebaut. Jo, brandfertig, wissen Sie nicht. Also, die Baustelle, die ist bewacht. Man will natürlich keine Kinder hier spielen sehen und natürlich auch keine Diebe haben. Also, es sieht schon sehr wuchtig aus, das Ganze. Also, es sieht schon aus. Also, es sieht schon aus. Heinzberg-Pütt In den frühen Samstagmorgenstunden des 4. Februar 2017 kam es in Heinzberg-Pütt zu einem Zimmerbrand. Im ersten Geschoss eines Wohnhauses verwüsteten die Flammen eine Wohnung. Die Bewohnerin konnte von den Einsatzkräften aus dem Haus gerettet und an den Rettungsdienst des Kreises übergeben werden. Durch das schnelle Eingreifen der Wehr rufen die Flammen nicht auf ein weiteres Haus über. Die Ursache des Feuers ist unbekannt. Die Polizei ermittelt. Die Polizei ermittelt. Die Polizei ermittelt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020